Und ich darf jetzt, bevor wir dann in eine Pause, in eine erste Pause gehen, noch drei, glaube ich, aber ich mache jetzt nochmal einen Check, Damen und Herren zu mir auf die Bühne holen, von der Firma Multikraft, von der Sparkasse, von ABS Factoring, bitte kommt zu mir rauf. Soweit ich es im Blick habe, ist niemand da heute von Krone leider und von Technikbörse. Die beiden sind heute nicht vertreten vor Ort, aber ihr seid es da. Vielen Dank dafür, unsere Sponsoren. Ich komme zu dir als erstes natürlich. Schon dabei gewesen beim ersten Mal. Wie geht es dir mit heute und mit dem Thema Gesundheit, das wir uns im heurigen Jahr vorgenommen haben, das wir uns heute vorgenommen haben? Also ich muss ja dazu sagen, so eine Startveranstaltung, wie es das hier vor vier Jahren, das erste Mal jetzt gemacht hat, oder vor drei Jahren bei der ersten Veranstaltung, war schon sehr interessant, muss man sagen, waren super Themen. Und ich glaube, es ist dann immer für einen Veranstalter auch eine Aufgabe zu sagen, ich muss jedes Mal wieder einen drauflegen. Und ich habe dem vorgesagt, das Thema dieser Nachhaltigkeit natürlich sehr, sehr zeitgemäß gefunden und auch sehr gut passend. Aber ich glaube, dass das Thema Gesundheit auch sicherlich bisher das eigentlich prägnanteste Thema ist. Auch das Thema ist, das wirklich, das geht am meisten ins Gefühl, sagen wir es einmal so. Und das ist ganz wichtig in der Landwirtschaft. Und diese drei Aspekte, die dürfen wir alle drei auf keinen Fall vergessen. Du, als Mann aus dem Geldwesen, ist der ökonomische Blick der wichtigste oder ist es ein anderer Bereich? Also grundsätzlich, es hängt alles mit der persönlichen Gesundheit zusammen. Es hängt mit der Gesundheit des Landwirtes zusammen. Aber der ökonomische, die ökonomische Faktor spielt eine riesengroße Rolle. Wir wissen alle, wir haben es heute schon gehört von der Regie Nachspalter, wo man jetzt sagt, okay, es geht los mit Kreuzweh, aber es ist natürlich viel stärker nur diese psychische Gesundheit, die eine große Rolle spielt. Und wenn ich heute als Landwirt mich ein bisschen gefangen fühle, vielleicht in einem Hamsterrad. Ich muss viel arbeiten, das wissen wir alle. Also ich habe schon gesagt, also vor 40 Stunden Wochen sind wir weit entfernt. Dann brauche ich trotzdem heute diesen Spielraum zu sagen, ich kann es unternehmerfrei entscheiden. Und da spielt die ökonomische Gesundheit, wir nennen das finanzielle Gesundheit in der Sparkasse Oberösterreich, spielt eine ganz große Rolle. Und diesen Freiraum, den gilt das immer. Das ist auch unser Auftrag an alle Banken und das sehe ich jetzt nicht nur an unser Institut, dann ist der Auftrag auch an alle Banken, diesen finanziellen Spielraum, den Landwirt auch möglichst so zu geben, dass es passt. Das heißt jetzt nicht mit Geld überschütten, weil so ist das eh nicht möglich, aber das heißt halt wirklich an angepassten Betriebsmittelraumen, wo ich sage, der ist auf saisonelle Entwicklungen abgestimmt und auch eine fristenkonforme Finanzierung. Das ist für uns ein ganz großer Punkt, diese fristenkonforme Finanzierung. Das Ding, und ich habe es schon mal so gesagt, das Ding muss abseits sein, bevor es kaputt ist. Alles andere bringt Abhängigkeiten und Abhängigkeiten, die gibt es in der Landwirtschaft schon teilweise und Abhängigkeiten machen dich sicherlich nicht gesund. Wer da Interesse hat, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch im Studio dazu, kann man nachschauen auf der Facebook-Seite vom Bauernetzwerk. Und ihr seid ja heute auch zu zweiter Vertreten, gerne ins Gespräch kommen. Vielen Dank, ich darf gleich mit dem Andreas direkt weitersprechen, ich komme zu dir. Andreas Trax ist das erste Mal dabei, jetzt als Sponsor, ABS Factoring, du bist Factoring-Experte. Nur mal in zwei, drei Sätzen, um was es da geht, weil ich glaube, es ist immer nur ein neues Thema. Ganz genau, wir haben ja heute schon viel von Innovation und so weiter gehört. Factoring ist an sich, genauso wie es so der Kollege gesagt hat, ein Bankfinanzierungsprodukt. Wir haben da ein eigenes Spezielles auf Agrarfactoring hinaus ausgerichtet und es geht im Wesentlichen darum, es geht um Liquidität, das heißt, wenn heute jemand eine Rechnung stellt, eine Forderung hat und die möglichst schnell in Liquidität umwandeln möchte, dann kann er das mittels einer Factoring-Finanzierung tun, Zahlungsziele vorfinanzieren. Das heißt, Liquidität, und da haben wir auch schon über das Thema in unserem Talk drüber gesprochen, ist ja auch sozusagen für das Unternehmen wichtig. Das ist der Kreislauf, sage ich immer so, das Blut das Wichtige, oder? Und so ist die Liquidität auch das Wichtige im Unternehmen, die möglichst rasch und schnell zur Verfügung zu stellen. Eine Verbindung hin zur Landwirtschaft ist euer Angebot, Factoring für die Landwirtschaft und ein weiterer Verbinder, kann man das so sagen, ist, dass ABS-Factoring auch ein Familienbetrieb ist. Das ist definitiv so, ja. Wir sind vielleicht jetzt nicht die klassische Bank in dem Sinn, sondern wir sind auch ein Familienbetrieb. Es gibt eine Familie, die im Hintergrund steht. Persönlich ist es mein eigenes Interesse, sage ich immer selber in der Region, mir gesund nicht nur zu ernähren, sondern auch die Gesundheit zu fördern. Das ist auch das, was wir bei uns, unser Hauptsitz ist in Salzburg, sozusagen selber in der Firma auf Regionalität großen Wert legen und auch da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördern. Vielen Dank, Andreas. Ich gehe weiter. Ganz spontan zu uns auf die Bühne gekommen. Er hat es, glaube ich, gestern am Abend erfahren, oder? Vielen Dank für deine Flexibilität. Was ist deine Rolle bei Multikraft? Ich bin grundsätzlich in der Gebietsleitung für Oberösterreich und westliches Niederösterreich und wir dann in der Landwirtschaft, Alphardierhaltung, die Gesundheit durch Mikroorganismen fördern und mit Pflanzenstärkungsprodukten biologisch einfach Möglichkeiten setzen, dass da was weitergeht. Machen wir einen kurzen Markttest, oder? Wer kennt Multikraft? Wow, wow. Gratulation. Das ist, glaube ich, fast eine 100% Abdeckung. Ihr seid bei Wöss? Bichl bei Wöss ist der Sitz. Da ist eine Produktion und ein Lager und natürlich Großgebände, die an die Landwirte rausgegangen haben, waren nur ein Lager beim Dachse. Wo ist denn der Chef gerade? Das ist nämlich ein Grund, warum der Chef nicht da ist. Der Chef fliegt morgen auf Australien und der Vorgesetzte für die Landwirtschaft, der Europäische praktisch, der ist leider durch Corona verhindert. Deswegen bin ich kurzfristig eingesprungen. Wir sind so froh, dass du da bist. Du hast da hinten einen Kübel mitgebracht. Da ist was drinnen. Was ist da drinnen? Genau, da haben wir FK drin. Das ist unser Tierhaltungsprodukt. Da kann man in der Fütterung einsetzen, kann man aber auch in der Güllebehandlung einsetzen und das MK-Stat ist drin. Das MK-Stat ist vor allem, sage ich jetzt einmal, in der kleinen Dosierung für die Hausfrauen interessanter. Da kann man Pflanzen angirsen und das fördert das Wurzelwachstum und fördert die Keimfähigkeit. Da haben wir ja Versuche zum Beispiel beim Maiscode, dass einfach eine schnellere Entwicklung im Jungstadium ist. Würde dieses Mittel auch junge Chiara-Pittas in der Wurzelfase unterstützen, dass sie schneller anwachsen? Genau. Nein, nur, dass wir es wissen. Es fördert die Keimfähigkeit. Okay, jetzt gehen wir dem Franz mit. Bitte, wer da Interesse hat, in Kontakt kommen und es ist mir wirklich ein großes Anliegen ohne euch und die zwei, die heute mit da sind und allen weiteren Sponsoren und Partnern, die wir natürlich haben, gäbe es die Veranstaltung nicht. Also insofern einmal ein riesen Dankeschön an die Sponsoren, gerade auch an euch da auf der Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank.